Musik 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 Alter. Wie viele sind das denn? Oh, ja, 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 ja. Haben die eigentlich Giftresistenz? Machen wir das jetzt ganz einfach. Oh, wir kriegen immer 500 EP dafür. 20x500, das übersteigt meine Intelligenz. Also solange es regnet, können die uns eigentlich nichts anhaben. Hier ist eigentlich ganz gut. 7 AP brauche ich, um den anzugreifen. Cheat. Aber ich kann den zerreißen. Oh. 1500 EP. Jetzt kommen die ganzen kleinen nochmal. Wieso ist der denn explodiert? Der hatte doch keine Lunte angezündet. Oder? Donnersprung. Boah, das hat ja fast nichts gebracht. Alter, wie viele. Das ist ganz schön hart. So, ich hoffe, dass die Scarlet gleich ihre, ähm... Ui. Alter, ist doch gut jetzt. Dass sie jetzt ihr, genau, Querschläger machen kann. Oh, hier kann man gut farmen, ey. Am liebsten wäre mir eigentlich Wirbelwind. Auch wenn es vielleicht nicht viel bringt. Ah, doch, hat es gebockt. 2000 EP, yeah. Wir haben gleich schon Level Up wieder, ey. Cool. Yeah. Ziel ist blockiert. So, drei Stück sind dort noch, ne? Eins, zwei. Wo ist der andere? Da. Eins, zwei, drei. Ja. Vernichtende Forst können wir noch machen. Auf... Na, die sind alle noch full life, ne? Dann machen wir mal den hier. Ach, Ziel ist unsichtbar. Aber jetzt nicht mehr. So, einer noch. Komm. Hätten ruhig mehr sein können. Hm. Müssen wir doch locker an die 15 bis 20 Stück, ey. Mit Sicherheit schon 20. Vampirberührung. Weisige Berührung. Ja, komm. Dann kann der nix machen. Ah, Ziel ist zu weit entfernt. In der Nähe. Dann machen wir doch das hier. Oh. Irgendwie tun sie mir ja schon leid. Regeneration machen wir dann nochmal. Auf... Madora nicht. Eigentlich braucht gar keine Regeneration, oder? Komm. Scheiß drauf. Aber ich finde es gut, dass er jetzt auch Fernangriffe machen kann, indem er einfach normal angreift. Oh, was war das? Oh, was war das? Das war laut. Und? So. Wie das hier aussieht, ey. Trollisch sprechen. Leicht gemacht. Zombie-Edition. Trollisch. Können wir da mit Trollen reden? Trollisch. 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 Und mal diese Belehrungen, ne? Hm. Der macht selbst Likromantie, Alter. Aber es kommt ja von uns, ne? Also das macht er ja nicht standardmäßig, aber trotzdem. Ah, wie schadebar es ist, dass die Wurzeln von Ignoranz ausbauen haben, wie sie so sehr viele haben. Ja, ja, ja. Immer so freundlich. Trollisch sprechen. Das sollten wir jetzt erstmal machen. Trollisch für Anfänger. Rundskrumpfgra, ihr müsst den Trollzoll an mich eintrichten. Dicke Robe. Brauchen wir nicht, bringt uns nichts. Hallo? Knochen? Gold. 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 Kettenarmschienen. Wo sind sie? Da. Ja. Ja. 34, holy moly. Plus ein Schlossknocken. Her damit. Warte mal, kann ich nicht nehmen. Warum? Vorderstärke 6. Was ist das? Kacke. Ja, lass die dann so lange nehmen einfach. Eigentlich asozial, weil die könnte Schlossknacken eigentlich gebrauchen. Weißt du was, dann wird das jetzt unsere Schlossermeisterin hier. Dann gebe ich dir hier die Ringe. Ne, warte mal. Das ist bloß ein Schlossknacken. Bloß ein Schlossknacken. Das ist beides hier. So, das tauschen wir dann einmal aus. Ach, das kann ich gar nicht machen. Da brauche ich Stärke für dann. Ja, dann hat sie jetzt halt Schlossknacken plus 2. Scheiß drauf, komm. Feuerresistenz. Komm, lass das mal so wie es ist. Schlüssel. Schlüssel. Sehr viele Schlüssel finden wir hier mittlerweile schon. Nein. Alter. Ja, bis die halt gemocht hatten. Hat sich ja voll gelohnt. Hat sich ja voll gelohnt. Oh. Was haben wir hier? Er hat alles verbockt. Das kann ja nur was Gutes sein. Ah, okay. Nix. Ein Wegschrein. Kisten. Wir haben ja einiges zum Graben. Hier ist der Eingang. Was ein großes Gebiet. Von hier sind wir gekommen. Genau. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ne, ne? Ja. Hier haben wir noch was. Okay. Ich halte hier mal kurz noch. Sicher ist sicher. Alter, wenn da schon so ein Schleim vorsteht. Explosive Mine. Ah, ja. Ah, ja. Kommen wir hier runter? Ne, ne? Ne, glaube ich nicht. Aber hier haben wir noch Kisten. Öl verschmiert. Öl verschmiert. Oh, ja. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Das macht ja fast nichts weg. War nicht irgendein Wasserballon oder so? Hier. Macht doch viel mehr Sinn. Was ist hier? Waren wir hier schon? Ich glaube das war doch hier wo wir den Sternstein gefunden haben oder? Ne. Das ist glaube ich ganz am Anfang wieder. Ja. Das ganze am Anfang wo wir waren. Ich glaube hier war das große Vieh. Gehen wir erstmal da hoch. Irgendwie. Wir müssen aber erstmal nochmal einen Wasserballon schmeißen glaube ich. Ja. Da habe ich eigentlich nicht hingeworfen aber ok. Passt. So was haben wir hier? Katze. Neugier war am Ende ihr Tod. Ich bin auch neugierig. Ist das mein Tod? Ne. Alter. So viele Knochen für eine Kotze. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Oh. Die Truhe. Aufgeschlossen. Älter Eisenschlüssel. Boah. Das ist bestimmt so ein Truhenrätsel. Scheiß. Was. Ok. Hier steht gar nix. Nix. Was ist das hier? Och hier. Ist das auch nix. Nichts. Warte. Ah. Ich wollte erst lesen. Eine Vase. Aha. Vielleicht eine Urne oder so. Ich bin mir vor, so etwas steht auf dem Grabstein. Er betrachtet die Radieschen von unten. Oder was haben wir hier? Boah, krank. Oh. Haben wir schon gelesen. Und hier der letzte. Hier liegt Will Lowndy. It's Lowndy, not Laundry. Dang it. Oh. Und noch ein Schlüssel. Hier liegt Anne, die höchste Frau in der Lowlands. Flach landen. Und hier? Hier liegt Shrodix. Wir sind nicht wirklich sicher, dass er tot ist. Oh. Anspielung. Und hier ist die Katze, ne? Da steht doch Jane und nicht Jones. Schröder. Schrödingers Katze. Das ist der Zombie, ne? Ne. Da ist doch eine Anspielung auf Schrödingers Katze bestimmt. Keiner weiß, ob sie tot ist. Oder noch lebt. Oder noch lebt. Oder noch lebt. Vielen Dank.